Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Wir wollen da wieder hin, gehen wir zurück, genau Zu einer brandneuen Folge Mafia 3 Oh ja, und heute geht es weiter hier Wir müssen den Tony hier platt machen Wir haben hier letztes Mal ein riesen Schlachtfeld hinterlassen Da kommt der nächste So, sehr schön Man muss einfach nur lange genug warten Dann kommen die Jungen schon Sind ja alle schön neugierig Tony DeRazio Oh ja, wir sind aber richtig voll Ein bisschen Munition könnte ich noch gebrauchen So Da ist noch ein Medizinschrank Da müssen wir auf jeden Fall hin Der ist sehr gut So Hier ist ne Ein Gewehr Oh oh, nicht so Schön vorsichtig hier Der wird hier bestimmt gleich um die Ecke sein Sag lebt wohl, Motherfucker Da ist er Los Ich seh hier niemanden Stirb endlich, Arschloch Wo ist die Ratte? Ich seh die nicht Der kommt uns nicht Ich seh hier niemanden Ne? Ah, die verstecken sich gut, die Jungs Schuss Schusssichere Weste im ersten Stock Okay So, ich bin hier hinter Da ist einer Ich glaube da ist einer Jawohl, da ist einer Ich bin geflossen So, den haben wir auch Okay Weiter geht's Wir hangeln uns hier von Büro zu Büro Hier sollten eigentlich auch noch irgendwelche Teile liegen Die finde ich jetzt so zur Zeit nicht Elektroteile Na, wo bist du? Oh, hier ist ja cooles Equipment Kann man hier noch irgendwas mitnehmen? Okay Tür auf Da ist erstmal nix Okay Noch weiter nach oben Ich hab's fast vermutet Meinst du? Geh in Deckung Da, schnappt ihn euch Ah, die Tür ist ganz schön Mal aufpassen So Bevor der sich verbarrikadiert Der ist immer noch nicht tot Ist doch nicht zu fassen Ja, das ist sehr schlau, dass du das erwähnst Du Idiot Ich hab's weiter nach hinten werfen Da Was hab ich denn da noch? Äh, sonst hab ich nix mehr Ach, da hinten ist der So Das ist einer, das ist der Derazio auf der linken Seite Wo hat er sich verkrochen? Ich sage, wir versuchen's in dem Bereich Ach, die sind weggegangen Okay Nicht, dass sie hier gleich rumkommen Da Wusste ich doch Komm her Ja, haben wir Sauber Das ist auch so ein cooles Outfit von ihm Mit seiner Lederjacke und der schwarzen Sonnenbrille Richtig cool So, komm her So leicht gebe ich nicht auf Das ist gut Komm, Boy Komm, Jim Bob So Da muss doch irgendwo Die feige Ratte Muss hier doch irgendwo rumliegen Und jede Menge Handgranaten Sehr schön Scheiße Oh, wie viele sind hier denn? Hier sind 500 Mann Da ist einer Hat sich einer versteckt Zeit zu sterben Arschloch Denke ich auch Das denke ich auch Wo ist die Ratte? Da hinter Okay Wenn ich ihm da jetzt eine Granate hinschmeiß Er ist ja auf der Seite So So Bitteschön Hat nichts gebracht Wo ist die Ratte? Das ist doch nicht zu fassen Sind die oben? Sind die oben? Okay Ich muss da lang Ich gehe in Deckung Oh, meine Güte Wo ist die Ratte? So Eben So Ich habe noch Ich nehme das lieber Besser ist das Also Das sind doch bestimmt schon 40 Leute hier gewesen Die ich jetzt platt gemacht habe Ist ja unfassbar Da ist richtig viel Kohle Medizinschrank Da muss ich auch noch hin Wo ist die? Gehört euch Jungs Ich schieße auf das Arschloch Oh, shit Nein Was machst du denn? Fuck Wo ist Wo sind die denn? Shit Oh, fuck Jetzt bin ich gleich tot Ich muss hier raus Wow Das war richtig knapp Alter Schwede Ist die KI hier Slow geworden Das gibt es ja gar nicht Also die haben sie Wirklich gut gepatcht Ich sehe die nicht Ich weiß nicht wo die sind Ich muss unbedingt Zum Medizinschrank Könnte da drin sein Hier ist er nicht Da ist niemand Wo ist dieser scheiß Medizinschrank? Ist der draußen? Könnte sein, dass er draußen ist Schnapp ihn dir von der anderen Sagt er gehört euch Jungs Da ist er So, habe ich So, geheilt Okay Jetzt haben wir wieder eine Chance hier Never ending story hier Wo ist die Ratte? Ich sehe den nicht Ja, endlich So Die kann man ja gar nicht sehen Da oben Da ist er Der ist immer noch nicht tot Ja, so bringt das nix Mein Lieber Endlich Meine Herren Was ist das für eine Mission hier Never ending story Ich brauche unbedingt Munition Ich bin so gut wie leer Guck mal da in der Wumme Nice Da haben wir auch noch Munition Sehr schön So Jetzt kommen wir der Sache langsam näher hier Noch mehr Munition Noch mehr Munition Hm Wo ist dieses Verblödete Büro denn? Mensch Ach hier Okay So Jetzt aber Geht zur Seite Geht zur Seite So Okay Du bist ganz schön dreist Jawohl Ich weiß nicht wer du bist Aber du hast meine Geschäfte Sehr in Unordnung gebracht Hast du eine Ahnung Was Du wirst Du wirst Du wirst Du wirst So Ich weiß nicht wer du bist Aber der hat auf jeden Fall Sein Fett weggekriegt Ich glaube er hat es Hinter sich So Mein Lieber Jetzt bist du erstmal fällig Glaubst du allen Ernstes Das was du hier machst Ändert irgendwas Idiot Nur zu Töte mich Morgen schon kommt ein anderer für mich Kein Mensch wird das überhaupt mitkriegen Da ärgst du dich Jeder wird es mitkriegen In den Straßen unserer schönen Stadt Tobt ein Krieg Ein Schütze stürmte ins Royal Hotel Und erschoss eine Unzahl wehrloser Menschen Da war ein lautes Krachen Wie wenn eine Bombe hochgeht Ich schaute hoch Und dann sah ich einen Mann Der fiel von ganz oben aus dem Gebäude Dann kamen lauter Männer angerannt Und die waren alle bewaffnet Sie rannten ins Royal Und dann fing die Schießerei an Keine Ahnung So Oh die können von beiden Seiten kommen jetzt Ei 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 Da Geh in Deckung Diese Waffe nehme ich Da kommt der Nächste Ich weiß nicht vom wo der kommt Scheiße Da bist du, Alter Jawoll So mein Lieben An dieser Stelle machen wir einen Cut Und das nächste Mal zeige ich euch Wie man aus so einem Hotel entkommen kann Oder wir versuchen es zumindest Alles klar Ich bedanke mich bei euch Recht herzlich fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Derazio ist platt Ja und ich bedanke mich bei euch Wenn es euch gefallen hat Dann lasst doch Und du hältst jetzt mal So Den Mund Den Rand Das olle Gestünde Das hält ja keiner aus hier So Bis zum nächsten Mal ihr Lieben Haut rein Und ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal